Jakov, du bist jetzt circa ein halbes Jahr hier beim FC St. Pauli. Zeit, um mal ein bisschen zurückzuschauen. Wie gefällt es dir hier in Hamburg? Ja, von dem ersten Tag bis jetzt ist alles sehr gut. Ich bin sehr glücklich hier. Du hast ja vorher bei WN Wiesbaden gespielt, in der dritten Liga. Was sind so die Unterschiede zu St. Pauli? Kannst du da welche nennen? Ja, für sicher. St. Pauli ist ein großer Klub, mit großer Geschichte, überall in der Welt. Everybody knows St. Pauli. Hamburg ist wie eine Stadt. Es ist eine große Unterschiede, für sicher. Und ich denke, hier ist es mehr Qualität und professionell. Mal abseits vom Fußball, was machst du in deiner Freizeit hier in Hamburg? Wie genießt du die Zeit abseits der Pandemie? Ja, es ist wirklich hart jetzt, wegen dieser Pandemie. Ich bin halb ein Tag im Training und dann halb ein Tag im Rest. Ich gehe manchmal zum Koffer, manchmal bin ich nach Hause, ich koche, ich mache meine Dinge, die ich mag. Aber ich habe nicht so viel Freizeit, also bin ich hier. Aber ich bin hier. Deine Großmutter war ja erfolgreiche Handballspielerin und hätte sich bestimmt auch gefreut, wenn dein Herz mehr für Handball geschlagen hätte. Hast du dich in deiner Jugendzeit für Handball begeistern können? Ja, als ich jung war, war ich immer mit meinem Großmutter und meinem Großmutter nach meinem Haus. Ich war immer da. Ich war immer mit ihnen. Ich war immer mit dem Handball, um zu spielen, um zu spielen. Meine Großmutter hat immer gesagt, wenn du mit dem Handball steigst, wirst du jetzt für ein nationales Team spielen. Und du hast einen großen Spieler, aber ich mag mehr Fußball und ich habe entschieden, auf die Fußballspiele zu gehen. Im Trainingslager haben wir dich auch sehr erfolgreich Paddeltennis spielen sehen. Du bist also, was das angeht, sehr vielfältig unterwegs. Ist es dir egal, was für Sportarten oder hast du irgendwelche Favoriten? Ja, ich mag Paddeln, ich mag Bagminton, ich mag Tennis, ich mag Boxen. All diese Sportarten, die mehr aktiv sind, die mehr schnell sind. Ich mag es sehr. Aber jetzt habe ich nicht so viel Zeit für das. Und jetzt ist es Corona, also es ist schwer, zu gehen und etwas zu tun. Aber ich denke, im Sommer, wenn ich frei habe, werde ich mehr machen. Dein Interesse an verschiedenen Sportarten liegt wahrscheinlich auch daran, dass du aus einer sportlichen Familie kommst. Wir haben eben schon über deine Großmutter gesprochen. Dein Onkel Dario Simic war auch ein sehr erfolgreicher Fußballer, der auch international gespielt hat. War bzw. ist er für dich auch eine Vorbildfunktion und lässt du dir manchmal von ihm auch Tipps geben? Ja, von früher und jetzt. Ich habe auch mit ihm gesprochen. Er fragt mich auch über Haaland, wie er macht, wie er fühlt, wie er auf der Piste fühlt. Wie ist die Unterschiede. Aber ja, wir sprechen viel über das Thema. Er ist sehr glücklich über mich, dass ich diese gute Schritte mache. Und dass ich spiele, dass es sehr gut geht. Aber was ich immer gesagt habe, ist, bleib ruhig. Der Fußball ist immer schnell. Es kann schnell hoch und schnell hoch sein. Es kann auch schnell hoch sein. Also muss man sich konzentrieren, Schritt für Schritt gehen und alles kommt. Du hast eben schon Haaland angesprochen. Also schauen wir jetzt mal auf den Fußball. Kommen wir zum FC St. Pauli. Was sind deine Highlights in der bisherigen Zeit in dem halben Jahr, in dem du jetzt hier bist? Ja, dieses Spiel gegen Borussia war etwas speziell für mich und für die ganze Team. Für das ganze Klub. Und besonders, wenn wir dieses Spiel gewinnen. Ich glaube, es war gut, zu sehen, wo wir sind, wie wir die Spieler, wie wir besser machen können. Was ist die Unterschiede von dieser Qualität, dieser Level und wo wir sind jetzt. Aber ich glaube, wir zeigen uns gut. Wir zeigen, dass wir mit ihnen kämpfen. Und es sind auch nur Leute wie wir. Es war eine gute Erfahrung. Wenn du dir jetzt deine Entwicklung anschaust und guckst, was du dir so vorgenommen hast, wie zufrieden bist du bis hierhin? Und für dich persönlich? Wie zufrieden bist du mit dir persönlich? Ja, ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr stolz von mir, was ich zeige. Aber ich weiß, dass ich besser und bessere Spiele zeigen kann. Ich arbeite für das jeden Tag. Und ich denke, dass alles mit Spielen kommen wird. Und ich werde in Zukunft mehr zeigen. Obwohl du in der Abwehr spielst, sagt der Coach ja immer wieder, dass du sehr torgefährlich bist. Gegen Aua hat es geklappt. Da hast du dein erstes Pflichtspieltor gemacht. Wie hat es sich angefühlt, am Milan-Tor zu treffen? Ja, dieser Pflicht und dieser Spiel war für mich sehr speziell. Weil ich kam nach einem Brocken-Torz. Für mich war gut für meine Hände. Für mich war gut für meine Hände, für alles, was ich spielst. Glücklich haben wir nicht gewonnen. Aber dieser Pflicht war auch sehr gut für mich. Ich war sehr glücklich. Auf einer Seite und auf der anderen Seite war ich nicht glücklich, weil ich diese Atmosphäre nicht gefühlt fühle. Aber ich hoffe, dass in Zukunft auch ein Spektesius auf dem Stadion sein wird. Und vielleicht werde ich wieder scoren. Nach der Niederlage im Derby gilt es ja, schnell wieder nach vorne zu schauen. Wie schafft man es, das Derby schnell aus den Köpfen verschwinden zu lassen? Ja, es ist immer schwer, ein Derby-Match zu verlieren. Aber wenn wir verlieren, müssen wir immer das Beste, was wir von diesem Spiel machen können. Und auf das nächste Spiel fokussieren. Der Fußball ist schnell. Wir haben jetzt eine Woche frei, um gut trainieren, fokussieren, um die Hände ein bisschen zu fokussieren. Und um die Woche mit neuen Spielern und mit neuen Händen zu beginnen. Was sind deine Ziele für die kommende Zeit? Das Ziel ist immer, vieler Spieler zu spielen. Wie viel möglich ist. Wie persönlich und als Team spielen. Und versuchen, die meisten Spieler zu gewinnen. Dann wünschen wir dir viel Erfolg und danke für deine Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.